Hi Leute, hier ist wieder euer Game Station und heute machen wir mit Clash of Clans weiter Wir haben lange nicht mit Clash of Clans weiter gemacht Wir waren beim zweiten Part stehen geblieben Jetzt machen wir endlich mit dem dritten Part weiter Und so, ich habe natürlich schon sehr viel gespielt Wie man sieht, ich bin schon Level 29 Rathus Level 6 Und ja, ich will jetzt erstmal Trommelos bilden Habe ich total vergessen Ähm, was haben wir noch hier So, erstmal ein paar Magier Weil vier reichen Ein paar Truppen So In diesem Part würde ich auf jeden Fall etwas lauter sprechen Damit man nicht, dass es mir stehen kann Ja Ja, ich schaue meine Zeit, was ich zu alles habe Also ich will auf jeden Fall Ich brauche eine Million 200.000 Um raus zu vermissern Ich habe jetzt gerade 659.000 Ich schlaue bei 858.000 Dann würde ich hier Und das Gold verschwinden dann Ja Also was habe ich noch? Und hier ist die nächste Sammler Das ist auf Level 10 Da haben wir noch 1 auf 1 Da haben wir noch 1 auf 1 2 auf 1 auf 1 Und 1 auf 2 1 auf 4 Und 1 auf 6 Dann haben wir noch unsere Goldlager Äh, Goldmine 1 auf 5 1 auf 8 1 auf 9 Und das höchste 1 auf 10 Ach ja Und noch 1 auf 1 2 Ja Meine Goldlager Ja Auf Level 10 Auf Level 11 Sieht so richtig cool aus Gold und so Und einer auf Level 9 Dann habe ich noch ein Elixierlager auf 8 Und 8 Ja Dann haben wir noch so diese Kanone Eine auf Level 3 Ich glaube eine auf 5 Auf 5 Auf 5 Auf 2 Ja Ich könnte mir auf jeden Fall Ehm Einen Tipp geben Wie ich meine Base ändern könnte Was ich besser ändern könnte Und ja Ich bin noch in einem Clan drin schon Also ich kann noch einen Clan machen mit euch Wenn ihr wollt Ja 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 Ach ja Die ganzen Luftbomben und so Alles schon zerstört Ja Einfach mal warten Ähm Jo Was kann man halt noch sagen Ähm Jo Ich glaube Ja Im zweiten Part Ähm Zuletzt im zweiten Part Der Clash & Clots War ich Level Level 4 Doch Na Level 4 war ich Also schlecht Aber jetzt bin ich schon Level 29 Fast auf 30 Okay Nicht fast aber In der Nähe von 30 Ja 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 Was kann man noch zu diesem Spiel sagen Es bockt sich auf jeden Fall Also das macht richtig toll Es macht richtig Spaß Es ist wie Boom Bitch Ja Irgendwie ich das Spiel sogar besser als Boom Bitch Ja Ist auch einer der beliebtesten Spiele Also die ich zumindest kenne Also bestimmt auch für die anderen Und ja Wie schon gesagt werde ich mit der Gaming Woche Nächste Woche anfangen Also ich werde noch Aber mit Sonntag also Dann mit Black Ops Zombie Da muss ich noch erst überlegen Ja 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 Ich habe 800 858 Trophäen Bin Silber 3 Silber Liga 3 Ja Ja Trophäen Ne Wo ist das nochmal Schatz So Ach ja Ich habe meine Zauberfabrik habe ich auch total vergessen Weil ich noch bauen und nicht habe Das ist auch sehr wichtig Magier Turm Ja Kann ich schon 3 Stücke bauen Aber ich habe schon gesagt Ich will mein Turm auf der Visiten Ich mache mal mit Schwarz Ich weiß aber nur nicht wo ich Schwarz Ich weiß aber nur nicht wo ich Schwarz Ich weiß aber nur nicht wo ich Was zu bauen Also was zu bauen Also ich weiß auf jeden Fall nicht Mal gucken Ja 4 Minuten Das darf auch hier lange Dramaten 3 4 Ja Das packe ich mal hier Warte mal Kann ich jetzt nicht Ja Ja so genau Ihr müsst euch auf jeden Fall Kommt mal vorne Kanal besuchen Ah Moe Moe Oder so Na Moe Müsst ihr wenn man besuchen Er macht auch Er macht hat In dieser Zeit Imt das gerade Injustice Let's plays Und er ist glaube ich doch Ein Modern Combat Modern Combat Let's Play Blackout 5 Also Auf jeden Fall müsst ihr seinen Kanal abonnieren ich habe auch noch ein altes oder wo ist das nur eine alte base hier die hier aber die sich gerade so wunderschön finde ich die sicherer als die anderen aber viel zu unsicher dann nehme ich wieder meine alte so kriegsbasis habe ich auch eine hier kann ich auch mal zeigen hier ist es aber das sah natürlich am anfang so aus wo ich auf level zwölf war so was also ich habe jetzt viel mehr sachen ist auch mein anfang space gewesen ach so ja ich bin noch hier doch ein hat diese vor die west hier so zu machen ja das lass ich mir so ok ich muss zurück ich habe mich nicht so schön so ob wir eine richtig gute base wo ich so um die 140.000 damit ich auch 800.000 habe oder besser 900.000 nicht so viel aber auch nicht als ein kampf schaffen wir noch gut noch hier ist es gut 390.000 so voll die einfache bis gleich mal ja schaff mir locker der hat dann mit drei vier wochen so sehr schön immer weiter so ja elixier sammler mit locker 2000 das war aber auch eine einfache base ich hätte natürlich auch viel schweren aber ich habe einfach lieber es genommen fürs anfang ja genug truppen sehr schön perfekt jetzt mal die truppen ausbilden menschen dabei bin werde ich auf jeden fall die zauberfabrik auf jeden fall abonnieren oder noch in kommentar nicht vergessen mein freunds kanal besuchen ja und ja dann hat rein und dann sehen wir uns im nächsten part tschüss